hallo ihr lieben warum du jetzt in deine kraft kommen musst das verrate ich dir heute in diesem video und ich werde dir auch natürlich wie immer ganz konkrete tipps geben wie du das schaffen kannst wie du beginnen kannst wie du fortfahren kannst und wie du das ganze vielleicht auch wirklich zu deiner expertise machen kannst hol dir deine macht zurück denn wir sind alle machtvolle wesen manche wissens immer mehr wissens in der derzeitigen zeit aber es sind alle schön dass ihr schon da seid drei live zuschauer ich freue mich sehr ich möchte zuerst mal mit einer ganz privaten geschichte anfangen die ich mit dir teilen möchte berührt mich gerade sehr denn gestern war ich wie in den letzten zwei drei wochen jeden tag in der früh im mehr gestern mit einer freundin mit einer neuen freundin die hunde haben draußen gewartet und wir sind in den wellen herum gesprungen wie so 16 17 jährige haben wir uns gefühlt waren stolz auf uns dass wir unsere inneren kinder einfach so frei lassen können und ich habe dann auf einmal angefangen so die hände nach oben zu machen und zu sagen girls just do wanna have fun oh yeah und so weiter ja und wir haben gesungen und spaß gehabt und schwupps auf einmal war der boden unter unseren füßen weg scheiße habe ich gesagt scheiße ja eine welle kam und unten dieser untersuch oder wie das heißt er hat uns einfach rausgezogen paar meter in das meer hinein und wir konnten nicht mehr stehen und die nächste welle hat uns noch mehr rausgezogen und die nächste welle hat uns noch mehr rausgezogen und ich dachte wirklich schon scheiße nach vorne ging nichts mehr und nach hinten war das meer das große offene meer meine freundin hat dann gesagt schwimm schwimm und ich so ja aber es geht nicht es geht nicht und sie hat immer gerufen schwimm schwimm ein mann ist vorbei gegangen den ich sogar schon kenne und der auch einen hund hat und ich dachte hey der kennt uns ja und der 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 hilft uns und ich habe gebrüllt ja ich habe heute noch hier so ein bisschen schmerzen im hals weil ich habe so laut gebrüllt hilfe ja und und gewunken und er hat zurückgewunken und wahrscheinlich gedacht die sind ja total krass drauf krank wollte ich gerade sagen die spinnen ja da einfach in die wellen reinzugehen bei so hohen wellen erst weitergegangen der ist einfach weitergegangen und wir umgezappelt und rumgemacht und kein meter nach vorne gekommen im gegenteil ich glaube eher noch weiter zurück und dann sind noch zwei gekommen und ich hilfe hilfe die sind stehen geblieben aber wir waren ja so weit weg und auf einmal gehen die auch weiter in dem moment muss ich dir ganz ehrlich sagen hat irgendwas in mir aufgegeben ich glaube wenn die janin nicht dabei gewesen wäre dann hätte ich mich vielleicht einfach auf den rücken gelegt und gedacht lass dich raus treiben die zwei haben dich ja gesehen vielleicht drehen sie sich noch mal um und sehen du bist jetzt noch weiter draußen und dann holen die die rettung und und die kommen vielleicht rechtzeitig mit dem boot so habe ich gedacht für einen moment aber janin hat immer gesagt schwimm schwimm und dann hat sie gesagt wir schwimmen nach rechts kommt nach rechts und ich habe es einfach gemacht follow the simple directions wie katie immer sagt danke fürs like ja das like gehört das janin und ich bin einfach gefolgt ja ihren anweisungen und wir sind nach rechts ich habe nicht überlegt ob es sinn macht sondern habe es einfach gemacht und ich kann mich an diese paar minuten dies wahrscheinlich war nicht mehr erinnern aber ich weiß dass sie auf einmal gerufen hat ich kann stehen und sie ist kleiner als ich also wusste ich auch gott ich kann auch stehen und dann habe ich meine füße am sand gegeben also runter und dann sind haben wir uns raus gekämpft das war noch immer genug aufwand was unten immer noch gezogen hat ja also auch wenn man stehen konnte wir sind raus ich bin ja um einen arm gefallen und ich dachte gott hoffentlich kann ich weinen und in dem moment sagt sie am liebsten würde ich weinen aber ich kann nicht und dann habe ich gesagt ich auch nicht wir haben so gezittert meine knie haben gezittert alles die hunde war nervös dann haben uns niedergesetzt und ich habe gleich zu klopfen begonnen und habe gemerkt wie es durchgeht und habe ihr auch vorgeschlagen sie soll das machen und zuerst habe ich todesangst beklopft und dann auch wenn ich mich gerade so schuldig fühle weil eine andere freundin hat mir das erzählt dass jedes jahr hier la marina guadema viele menschen sterben einfach weil sie das total unterschätzen weil sie dumm sind einfach schwimmen gehen bei ganz hohen wellen und dieser untersuch dich einfach aufs meer holt und wir waren wirklich absolut glücklich und dankbar und der mann ist dann noch mal zurückgekommen und wir haben es ihm erzählt und er war total fassungslos und hat gesagt es tut mir leid ich dachte ihr habt spaß haben gesagt ja hatten wir bis kurz vor dem moment da war es echt richtig lustig jedenfalls habe ich das gestern beklopft und war dann auch um 9 uhr 30 tatsächlich pünktlich hier bei meiner ausbildung zum coach for the work habt es denen auch erzählt so ähnlich wie dir jetzt und habe gemerkt den ganzen tag über geht so durch durch mich ich habe gemerkt und habe auch gesagt entschuldigt bitte wenn ich mir jetzt nicht die hand vor halt oder das verstecke weil ich weiß nach dem klopfen gähnt der körper meiner zumindest sehr also ich mache das einfach damit ich eben kein trauma habe heute habe ich fast gar nicht mehr daran gedacht habe auch sehr gut geschlafen und gerade jetzt deshalb erzähle ich es dir gerade jetzt bevor ich hier live gegangen bin hat diese freundin die janin ein whatsapp geschickt ein mann 42 ist gestern paar hundert meter weiter von uns gestorben ertrunken hat gänsehaut und habe gerade versucht mich hier zu erden damit ich das live machen kann und habe erstens mal danke gesagt nach oben irgendwie hatte ich das gefühl so ein schutzengel hat uns raus geschoben ein bisschen weil ich es mir noch gar nicht erklären kann wie das irgendwie funktioniert hat und anscheinend soll ich noch leben anscheinend soll ich einfach noch dienen und darf ich noch dienen das kam als nächstes der gedanke und so viele menschen sterben derzeit und es wird voraus gesagt dass noch viel mehr sterben werden und so viele überleben und so viele wachen auf und so viele geben ihr wissen in die welt ich bin nur eine davon und deshalb passt es alles zu diesem titel denn ich mir heute mittag überlegt habe gestern hatte ich in einem moment keine macht mehr das einzige was ich tun konnte ist schwimmen und dem folgen was meine freundin sagt schwimmen und hier nach rechts rüber was übrigens auch wirklich so macht habe ich herausgefunden also sie wusste es wahrscheinlich weil sie holländerin ist und sich ein bisschen besser auskennt mit mehr als ich in manchen momenten haben wir keine macht und sind machtlos so fühlt sich zumindest an und dann haben wir immer noch die option und die hatte ich gestern ja wirklich überlegt uns hinzugeben uns einfach hinzugeben und das schicksal entscheiden lassen von irgendwo noch hilfe her kommt ob sich irgendwo noch dreht ich weiß nicht was ich gemacht hätte wenn ich allein gewesen wäre weil ich wusste das nicht mit diesem nach rechts schwimmen keine ahnung ob ich dann noch hier wäre also es war genau mit der richtigen freundin es war genau im richtigen zeitpunkt dass sie gesagt hat nach rechts und es war anscheinend noch nicht so ganz schlimm wie ein paar hundert meter weiter wo dieser mann reingegangen ist oder er ist weiter raus geschwommen ich weiß es nicht warum habe ich heute diesen titel gewählt das hatte ursprünglich nichts mit diesem ereignis zu tun es passt halt jetzt so gerade weil ich diese whatsapp nachricht bekommen habe ich habe diesen titel gewählt weil ich ja drei tage jetzt wieder unterrichtet habe und weil ich in vielen vielen begegnungen mit diesen wundervollen teilnehmerinnen nochmal mir ganz ganz bewusst gemacht habe dass jeder von uns in jedem moment immer die wahl hat wir haben immer mindestens zwei optionen immer kämpfen flüchten hingehen totstellen nicht so günstig aber theoretisch in manchen situationen auch möglich und in wenigen situationen vielleicht auch klug ja wir haben in jedem moment die wahl und heute morgen kam so ein bild von schafen und das ist jetzt übrigens die policy polarisierende geschichte da werden nicht alle meiner meinung sein manche werden sich da vielleicht sogar ziemlich auf die füße getreten fühlen und mich vielleicht wieder falsch verstehen weil manche das ganz gerne tun in diesem bereich ich erzähle sie trotzdem ich habe an schafe gedacht die ja angeblich machtlos sind weil die schafe die da drüben auf der wiese manchmal sind die sind ja von einem border collie umgeben manchmal sogar von zwei in dem fall hier bei uns nur eine mein hund springt runter dass es kabel nicht mitnimmt und die schafe denken wenn ich ein bisschen zu weit nach rechts gehe kommt der border collie und treibt mich wieder zurück und wenn ich so ein bisschen weiter nach links gehe dann kommt der border collie und treibt mich wieder zurück und dann gibt es noch den schäfer und zu hause im stall gibt es vielleicht noch jemanden nämlich den besitzer von diesen schafen besitzer von border collie der arbeitgeber vom schäfer und so ist es auch bei uns bei uns ist jemand über uns so border collies die uns derzeit sagen die richtung musst du gehen das musst du machen und wenn du das jetzt nicht machst dann und vielleicht zwicken wir dich auch noch rein in den fuß ja wir fügen dir schmerz zu wenn du das was wir für dich beschlossen haben das welch diesen raum den wir dir zugeordnet haben wenn du den verlässt dann kommt der border collie und dann habe ich weiter überlegt was würde passieren wenn nicht nur ein scharf mal auf die seite geht sondern von diesen hier sind locker 50 schafe gewesen was wäre wenn von diesen 50 schafen 20 auf einmal nach rechts gehen will der border collie alle 20 zurücktreiben und alle 20 ins beinchen beißen es geht ja gar nicht das heißt wenn 20 schafe beschließen würden einfach mal nach rechts zu gehen und zwar einfach in geballt mit geballter ladung einfach alle zusammen gleichmäßig nach rechts dann hat ein border collie sicher keine chance und dann habe ich weiter überlegt natürlich werden paar schafe gebissen werden zurückgetrieben werden oder zumindest es wird versucht zurück zu treiben aber andere die würden durchkommen das heißt die werden dann weg von der herde so wie derzeit ganz viele diese herde verlassen klar ist es auf der straße wo dieses schaf dann vielleicht das erste mal ganz alleine wäre dieses ausgebüxte ja oder diese paar ausgebüxte die da durchkommen die werden auf einmal allein auf der straße und da kommen autos und keiner sagt ihnen hier müsst ihr stehen bleiben hier müsst ihr weitergehen hier müsst ihr so hier müsst ihr so klar wäre das eine riesen herausforderung für diese schafe aber wer weiß einige davon würden auch das wieder meistern und dann wäre würde es dunkel werden und sie wären vielleicht tatsächlich noch auf irgendeiner straße oder auf einen parkplatz oder sie würden hier unten auf den auf die schnellstraße kommen und dann würden sie überlegen ja wo können wir jetzt schlafen und vielleicht würden sie wo unter schlupf finden vielleicht auch nicht vielleicht würden sie auch in den ersten nächten bevor sie irgendwas gefunden hätten auch nass werden vielleicht würden auch einige das nicht überleben aber einige würden es überleben und auch wieder weitergehen und nach einem geeigneten shelter suchen so habe ich mir das vorgestellt und auf einmal habe ich gedacht vielleicht bin ich deshalb noch da weil ich ja eh schon raus bin aus der herde bin sogar weg aus deutschland jetzt gehe ich auch weg vom deutschen system europa bin ich noch muss ich fairerweise sagen ja so ein bisschen bin ich noch auf jeden fall drinnen aber ich bin schon lange keine angestellte mehr ich bin nicht im sozialsystem rentenversicherung private krankenversicherung habe ich ich bin raus aus dem system das heißt ich bin eh schon weit draußen würde ich auch noch weiter rausgehen habe ich mir überlegt oder lasse ich mich vom nächsten border collie doch wieder zurücktreiben und was würde ich machen wenn der schäfer zum beispiel sieht die schafe sind jetzt wirklich davon gelaufen und der border collie schafft es nicht ich rufe jetzt den besitzer an und er kommt mit seinen rottweilern und mit seinen dovermännern und du wirst gleich merken auf welche geschichte die derzeit in unserer welt passiert dich raus will klar kann das sein dass auch noch rottweiler kommen und dovermänner und da auch wieder einige schafe sterben weil die fest dazu beißen wenn die schafe nicht zurückgehen und jetzt die geschichte pass auf was würde passieren wenn von diesen 25 millionen menschen die derzeit in ihren häusern und wohnungen eingeschlossen sind nur 15 15 millionen alle auf die straße gehen würden ja es würden welche zusammengeschlagen werden werden sie auch jetzt schon ja es würden welche gefangen genommen werden werden auch jetzt schon ja es würden welche getötet werden werden auch jetzt schon ja das würde passieren ich bin keine mit rosa roter brille und wir machen uns eine schöne welt es würde passieren aber bei 15 millionen niemals alle nicht durch diese leute die jetzt dort sind würden aus peking noch mehr kommen wahrscheinlich schon es sind dann die rottweiler und die dovermänner die vielleicht mit panzern kommen würden und vielleicht ist dir das jetzt zu krass aber ich habe einfach in dieser geschichte in der ich auf einmal drin war heute gedacht es würden welche durchkommen einfach der logik her weil sie nicht in allen straßen sein können und selbst wenn sie eine bombe draufschmeißen würden ein paar durchkommen und zumindest würde vielleicht ein live video durchkommen und es würde irgendwann in den zumindest in den nicht verfälschten geschichte geschichte geschichtsbüchern stehen dass im jahr 2022 15 millionen menschen in shanghai getötet worden werden würde die welt aufwachen ihr lieben noch viel schneller noch viel mehr als jetzt wenn sowas passieren würde würde die welt aufwachen natürlich würde sie aufwachen natürlich und ich sage jetzt nicht macht das ja wie geht einander auf oder oder geht alle auf die straße ich sage das nicht ich möchte mit diesem video euch einfach mal die idee geben einfach die idee dass wir immer die macht haben und sogar wenn wir die mit dem leben bezahlen wir haben die macht wir können rausgehen wenn wir den tod nicht mehr fürchten wir können nein sagen wenn wir die konsequenzen einfach nicht mehr fürchten sondern unsere wahrheit leben und ich sage unsere weil ich gott sei dank nicht alleine bin so viele 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 sind derzeit raus einfach raus weg neue gemeinschaften bilden neue job möglichkeiten aufmachen ich habe vorgestern ein webinar gesehen von krypto und nfts und so weiter ja ich kannte das noch nicht so gut nur vom namen aber ich hätte gar nicht gewusst was es ist ich informiere mich da jetzt ich weiß ein bisschen später aber besser als gar nicht ja und bitte macht es auch informiert euch über das alles es gibt eine neue welt die gibt es schon wo du jobs machst und damit dein geld verdienst dass du einfach deine wahrheit den menschen weiter gibst so wie ich das tue und tools lernst oder gelernt hast mit denen du den menschen hilfst so wie ich das mit dem werk mache und mit innerer kinderarbeit und mit journaling und eft ja ich komme auch übrigens gleich noch zu einem davon weil ich dir ja zeige wie ja wie also spür mal in dich rein ob du in dieser scharf herde wenn du da noch bist dich wohlfühlst ja dann bleibe jemand hat letztens dazu geschrieben ja aber es kann ja nicht jeder sein job kündigen nein habe ich auch nie gesagt ja viele verlieren derzeit ihren job übrigens ja weißt du schon die brieflein gehen rum betretungs und beschäftigungsverbot sage ich nicht dass du was sollst gottes willen wer bin ich dass ich dir sagen kann was du sollst aber wenn du dich in dieser scharf herde nicht mehr wohlfühlst oder wenn du auf einer wiese bist die komplett abgefressen ist und du denkst oh gott ja was werde ich morgen essen wir müssen alle hierbleiben und da ist kein gras mehr ja wenn du so ein scharf bist ja in so einer herde dann sage ich dir nur dass du immer die möglichkeit hast rauszugehen immer jeder von uns hat die möglichkeit und klar gibt es konsequenzen und klar kannst du gebissen werden und klar kannst du getötet werden das ist richtig aber alle werden nicht getötet werden das war mir ganz klar heute morgen es war mir klar und deshalb wollte ich dir das weitergeben wo auch immer das her kam es war einfach so eine geschichte die in mir da war mit den schafen und dann shanghai auf einmal und dann habe ich das durch überlegt und gedacht ja 15 millionen geht raus und schaut was passiert wahnsinn oder wahnsinn ich wurde auf den philippinen von zwei boots fahren aus dem boot aus dem boot geworfen sehr weit draußen ins tiefe meer und sie sind davon gebraust war in panik und mir war klar dass mir bald die kraft ausgehen wird ich habe nach oben gebetet wurde dann ganz ruhig und habe mich auf den rücken gelegt fühlte mich geborgen und getragen noch bevor es ganz dunkel geworden ist kam ein boot vorbei und ich wurde gerettet wow ludmila du sollst auch noch leben du sollst auch noch leben und warum wurdest du aus dem boot geworfen denke ich mir jetzt gerade wow danke fürs teilen ja ihr leben so vielen ist sowas schon passiert und sie hätten schon sterben können und gerade das sind dann die mutigen menschen die jetzt nach vorne gehen ja die jetzt vielleicht diese schaf herde anführen die so ein bisschen abtrünnig wird ja und wer weiß wo wir alle herkommen und mit welcher botschaft und mit welchem auftrag wir in dieses leben gekommen sind jedenfalls habe ich ganz klar heute gefühlt dass ich noch viel mehr als bisher meine wahrheit weitergeben werde und nein ich habe auch keine angst mehr dass ich gesperrt werde und nein ich habe auch keine angst schon lange keine angst mehr vor bösen kommentaren ich gebe meine wahrheit weiter und ich sage niemanden dass der meine wahrheit glauben soll niemals aber und jetzt komme ich zu dem part wo ich dir verrate wie du es machen kannst ich gebe das weiter was mir geholfen hat und es ist in erster linie überprüfe deine gedanken ich mache es mit dem work von bayern katy du kannst mit allem machen meditation einfach sokratischer dialog oder dir die frage stellen ist es wahr wie auch immer ja wie auch immer die gedanken die du glaubst ich muss jetzt da bleiben ich habe keine andere wahl ich kann nicht einfach hier rechts raus gehen weil dann beißt mich der border collie oder wenn ich jetzt davon laufe und irgendetwas tue was derzeit verboten ist dann werde ich getötet oder gefangen genommen oder verliere meinen job ja diese gedanken kannst du überprüfen überprüfen mit den vier fragen und den umkehrungen und du wirst so wie ich und so wie zehn leute die heute in meiner ausbildung waren und das intensivst betrieben haben und wie hunderte leute wahrscheinlich tausende leute die ich in den letzten 15 jahren begleiten und ausbilden durfte und wie millionen die von katie schon begleitet wurden in den letzten 30 40 jahren so wie die wirst du drauf kommen was deine wahrheit ist und wenn du deine wahrheit fühlst dann wirst du es nicht mehr in frage stellen weil das fühlst du ganz tief in dir und deshalb ist meine einladung ja ich sag nie du solltest meine einladung an dich wenn du jetzt glaubst das ist alles hier esoterischer kram oder was auch immer oder anderen leuten ist es möglich das zu tun ja hat auch mal jemand drunter ja dir ist es ja möglich du hast keine kinder und so ja wenn du denkst dass es bei dir nicht möglich ist weil du kinder hast überprüft den gedanken und guck diese ganzen leute an die derzeit weggehen communities bilden gemeinschaften bilden und zwei drei vier fünf sechs kinder haben ja es ist einfach nicht wahr kein gedanke ist wahr vielleicht magst du mein video noch mal angucken von vor drei wochen glaube ich keine deiner überzeugungen ist wahr sobald du das weißt bist du frei was kannst du noch machen wenn du dich noch so ein bisschen in der scharf herde fühlst oder vielleicht schon abgehaut bist und angst bekommst weil du plötzlich allein irgendwo auf der straße bist und ganz neue dinge auf einmal auf dich zukommen mach das was ich auch mache journaling beginne zu schreiben schreib auf im präsens schreib auf wie du es gerne hast und tue so als hättest du es schon das ist journaling du schreibst in deinem journal wie du es gerne hättest aber im präsens verstehst du als ob du es schon hast und ganz wichtig nicht einfach aus dem kopf raus machen das hilft nichts das unterbewusstsein das universum ja das match mit dem unterbewusstsein und das unterbewusstsein schreibt nicht mit wenn du nur aus dem kopf raus schreibst ja du musst sozusagen das ganz ernst nehmen wirklich aber nicht hier ernst sondern wirklich hier ernst und mit allem was du wirst da reingehen in dieses schreiben ja und du kannst beginnen mit dem satz ich bin so dankbar dafür das und du schreibst alles auf was du gerne hättest aber du tust so als hast du es schon ja verstehst du du schreibst dir quasi dein herz frei all das was deine sehnsüchte sind all das was deine wünsche sind das schreibst du aufs papier als ob es schon so ist und du wirst merken wenn du das ein paar tage praktizierst dass ganz neue dinge rauskommen und dass das was du vielleicht als traum oder illusion angesehen hast auf einmal viel realistischer sich anfühlt und du wirst merken wie die freude kommt so war das bei mir als ich geschrieben habe ich wandere aus nach spanien ja und zuerst war es nur so ein ja du kannst doch nicht nur spanisch was ist denn das für quatsch eva außerdem bist du heil praktikerin das gibt es nur in deutschland und du hast doch eine praxis in so brücken und hast einen hund für den hast ja auch verantwortung ja kannst ja nicht machen und auf einmal während ich so geschrieben habe das waren monate das ging nicht von heute auf morgen ja monate auf einmal habe ich gemerkt das ist gar nicht so unwahrscheinlich ja das ist gar nicht so absurd ja ich müsste ja nur mehr online machen und meine praxis schließen mein hund ins auto packen und einfach wegfahren meine wohnung vermieten es wurde immer klarer und dann habe ich mir die perfekten mieter herbei gejournalt die übrigens innerhalb von zwei wochen eine woche eine woche da war als ich so reif als ich reif war dann eine woche perfekte mieter ja und dann bin ich los und das ist ja jetzt schon weit über ein jahr her weit über ein jahr her und ich merke wie einfach es war nicht immer nur super ja viele denken dass das alles immer nur super sein muss nein natürlich waren herausforderungen natürlich bin ich auch hier gefordert ja aber es hat geklappt und zwar gar nicht so schwer ja also dieses raus aus der deutschen herde zumindest das war jetzt gar nicht so schwer ja es ist wenn ich ehrlich bin einfach relativ gleichmäßig weiter gegangen sowohl vom verdienst als auch von meinem arbeitsaufwand ja mit weniger tun in spanien und siesta und so heute habe arbeite ich jetzt gerade elf stunden also da bin ich selber noch dabei aber es hat geklappt verstehst du es hat geklappt und zwar gut hol dir deine träume aufs papier weil es so holst du die macht die du hast die macht deines denkens ja dann denken erschafft die welt diese macht holst du dir aufs papier und dadurch in dein leben du holst dir die macht zurück dass du raus gehen kannst und sagst okay dann werde ich gebissen ich gehe das risiko ein dann werde ich zurückgejagt ich gehe das risiko ein dann werde ich eingesperrt ich gehe das risiko ein ich werde vielleicht sogar getötet oder ganz allein auf der straße sein und nicht wissen wo ich schlafen soll aber ich gehe das risiko ein und weißt warum einfach weil es meine wahrheit ist weil es deine wahrheit ist welche auch immer das kannst nur du rausfinden und dann fühlst du dich in der macht eigenermächtigung ja macht steckt auch da drin du bist wieder in deiner eigenermächtigung du bist in deiner kraft und du triffst deine entscheidungen du guckst nicht was ist gerade erlaubt und was ist gerade gewünscht und wie muss ich mich verhalten dass es von möglichst vielen menschen gebilligt wird ja dieses denken das ist irgendwann komplett weg du denkst was ist mein nächster schritt was kann ich tun und das wörtchen wie kommt in dein leben viel viel öfter wie kann ich es machen wie kann ich es schaffen wie ist mein nächster schritt wie kann ich geld beschaffen wie kann ich freunde finden die in meiner welt leben das war hier in spanien eine sehr große challenge für mich ja ich wollte freunde der aus meiner welt nicht aus der alten welt die dann noch sagen bleib entfernt eva du bist ja ungeeh ja hat tatsächlich eine gesagt die wollte ich jetzt nicht nicht unbedingt in meiner näheren umgebung auf dauer haben ja da habe ich mich einsam gefühlt und ausgestoßen ja wie so ein leber kranker ja aber ich habe freunde gefunden und es werden immer mehr hier vor ort einfach weil ich die macht ausgenutzt habe die ich habe über mein denken mir meine welt so zu machen wie ich sie möchte okay es ging noch weiter es war weihnachtsfest plötzlich war krieg ich spürte den lauf eines maschinengewehres auf meiner schläfe und sah den finger der soldaten schon am abdruck ich habe den kopf gesenkt wow vielleicht magst du mal ein video machen und deine geschichte erzählen ich merke gerade das ist eine sehr sehr dramatische geschichte und ja du hast überlebt und es soll noch irgendetwas von dir auf diese welt ihr leben habt ihr eine frage zu meiner geschichte also nicht meiner meeres untergangs geschichte sondern natürlich zu der schaf geschichte zu der shanghai geschichte zu der geschichte dass du in die eigenermächtigung gehen kannst dass du dir über dein denken die realität erschaffst und dass du das in der hand hast in welcher realität du lebst dass es unterschiedlich realitäten gibt unendlich viele unterschiedliche realitäten und dass du dir deine realität quasi aussuchen kannst in der du lebst und die realitäten gehen auseinander weißt du wahrscheinlich auch schon und wir können hier nach alle rüber springen immer wieder immer wieder ja habt ihr fragen ihr leben habt ihr fragen gern auch konkrete beispiele unter dem video posten wenn ich zeit habe beantworte ich das auch immer gerne und wenn ihr unterstützung wollt kommt in den onlinekurs to work da könnt ihr noch rein oder in die selbstliebeschule wenn ihr das einfach längerfristig tun möchtet lasst euch gern ausbilden the work innere kinderarbeit alles möglich bei mir und bringt auf jeden fall das licht in die welt das in euch scheint ihr müsst es nicht nachmachen niemand muss es nachmachen sondern ihr seid alle individuen wir sind alle einzigartig zwar alle verbunden und alle aus der gleichen quelle aber wir sind alle einzigartig also selbst wenn du genau das gleiche tun würdest du ich würdest du es ganz anders tun deshalb gibt es nie neid zwischen mir und meinen teilnehmerinnen die ich ausbilde oder meinen kolleginnen ja sondern jeder von uns tut es komplett anders jeder bringt mit seinen worten seine tools die er gelernt hat die er erfahren hat in die welt sein wissen seine erfahrungen wie das jetzt gerade die ludmilla macht ja jeder auf seine art frau sonnenschein leben eva vielen dank für deine geschichte deinen mut und deine offenheit bitte gerne gerne und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen abend ich mache für heute schluss werde morgen erst ja schreiben buch ludmilla das tut meistens gut wenn man es einfach zu papier bringt und dann schließt es ab schließt es ab und hol die essenz raus ja so wie ich jetzt die essenz von gestern raus hole das hätte das ende sein können hier auf diesem planeten in diesem körper definitiv ja paar sekunden noch warten und zack ja oder anstrampeln nach vorne bis man erschöpft ist und zack ja ich soll anscheinend noch leben fazit und du auch okay bring es in die welt bring es in die welt okay das was du findest wenn du da runter tauchst unter die geschichte ich wünsche euch einen schönen abend ich gehe jetzt zum meer noch ein bisschen frieden schließen mit den wellen mit den füßen hinein wer mich vielleicht auch bei mehr bedanken kommt jetzt gerade dass es mich nicht verschluckt hat und mit der chanine noch ein bisschen plaudern jetzt zittere ich am ganzen körper ja hast dich richtig schön hinein geschrieben geh da durch so wie ich es gestern gemacht habe auch wenn ich jetzt gerade kannst du auch ein video von mir dazu finden auf youtube habe einiges gemacht klopfen durch klopfen alles aussprechen was da ist viertelstunde halbe stunde durchgehen was trinken atmen bewegen und irgendwann die ruhe finden und in dieser ruhe wird vielleicht auch bei dir etwas auftauchen so wie bei mir aufgetaucht ist anscheinend soll es dir noch weitermachen also mach es mit noch weniger wenns und abers gibt dich der welt ganz ohne jegliche borders und ohne irgendwelche glaubenssätze die dich davon abhalten deine wahrheit auf jedem nur möglichen medium zu verbreiten menschen zu motivieren das auch zu tun und alle schafherden in denen wir noch sind verlassen auch wenn es unbequem wird und irgendwann eine neue schafherde zu bilden das kommt auch noch gerade in mir hoch irgendwann uns alle unsere einsamen schäfchen irgendwo versammeln und eine neue schafherde bilden wo wir keine border collies brauchen keine rottweiler und dobermänner alles liebe eure eva ein 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 Vielen Dank.